Leute, was geht's? Ich bin's, euer Emre, heute mit einem neuen Video von Call of Duty Black Ups 3. Ich gegen Nikita, oder Nikita spielt auch, wir sind gegeneinander, ich bin mit 5 anderen und Nikita ist mit 5 anderen. Ja, was sollen wir noch sagen? Jetzt erst mal los mit dem Video. Ich bin unten, Nikita ist oben. Wir haben noch ein Video auf Nikita, seinen Kanal aufgenommen, Link in der Videobeschreibung. Junge, warum krieg ich die Waffe nicht, wie ich behindert? Oha, hast du gesehen, wie es bei mir gepackt hat, gerade? Ja, bei mir geht's gerade halt nicht. Ja, ganz, sehr stark. Ja, gerade steht es unschönlich, ich bin unten und nicht erschoben. Ja, natürlich, ich habe mal seine Waffe, geil. Jetzt habe ich meine Waffe. Denkt mir, gewinnt jetzt, weil er seine Waffe hat. Ja. Da hat ihn getötet. Uuuuh, 1 zu 0. Uuuuh. Oh, shit. Ich weiß, wo er ist. Nur er weiß nicht, ob ich's weiß. Ich muss mal lauf. Jetzt kotzt langsam, Mann. Ja, Mann. So geht das Spiel. Oh, shit. Oh, fuck, Mann. So, jetzt habe ich dich gefickt, Amanda. Ja, jetzt werde ich was sehen. Was werde ich sehen? Was, ich habe den doch ein Headshot gegeben. Kala, Lappen, Fischkopf, Trampolin. Wenn ihr Nikita seinen Bauch sehen wollt, dann 10.000 Likes auf seinen Nacken einfach. Ich habe zwei Jahre dafür Zeit, 10.000 Likes zu schaffen. Sonst, nee, sagen wir so 100 Stück müssen das Video sehen, dann mache ich ein Video über Nikita seinen Bauch. Ihr habt dafür drei, nein, fünf Monate Zeit bis, nee, machen wir so, bis Mai habt ihr Zeit. Nicht länger und nicht weniger. Hier seht ihr, wie ich gerade den Stapfel, der will mich abschrauben. Hallo, meine Papa. Mann, da fick ich ihn. Hier, guck, da ist deine Leiche. Hier, ich gebe mir ein Headshot. Nicht Headshot, dich gleich. Guck mal. Was? Guck mal, Digga, was war das? Hä, ich back da. Ja, back weiter. What the fuck, was ist das? Digga, was ist denn das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheißdreck? Das ist mein Team mit Fischkopf. Was bist du? Ein Schwanzkopf. Digga, was ist das? Das ist für ein Scheißdreck. Juni! Wer bombt mich die ganze Zeit ab, ey? Wer bombt mich da die ganze Zeit? Jetzt, das will ich mal rausfinden. Äh, mein Team gewinnt gerade mit ein, sechs Punkten und Nikita sein Team mit 28. Ich glaube, das ist ganz knapp noch. Noch zwei Siege, dann am Augen. Aber fuck, da hat man sich. Jetzt komme ich mit einer heftigen Waffe. Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Ich bin stufig, die Leute sind nicht. Ja, ha. Geil. Hallo, motherfucker. Junge! Hallo! Nein, nicht dorthin. Nicht dorthin. Du bist so ein Spaten, ey. Jetzt lass mich in Ruhe. Ich komme und fick dich. Ja, das träumst du glaube ich noch. Oh, fuck. Komm los, die Men. Ich darf jetzt dann noch fassen und das dann wieder hochkommen. Oh, fuck. Leute, wenn ihr wollt, dass ich morgen ein Video mache, dann ein Like da lassen. Und dann mache ich morgen ein Video vielleicht noch mal eine Runde mit Nichts-Tabbeln. Vielleicht auch Call of Duty oder GTA, was ihr wollt. Schreibt es in die Kommentare. FIFA, Minecraft, Rocket League, GTA, Call of Duty und sonst. Und hier seht ihr, guck mal, wie ich eben ausschaut. Da ist Nikita, denn cool. Guck doch, dass ich jetzt auf dem Ding gebe ich ihm einfach auf dem Ding. Ja, weil ich dich gekillt habe, gell? Ja, egal. Deine anderen Freunde auch. Ja, egal. Was hast du meine Freunde besucht? Ja, ich habe dich getötet, du fetter Schmuck, du da mein. Guck los, zieht ihr mal. Ihr müsst mal meine Six-Pack. Er hat Schwabbel-Pack und kein Six-Pack. Ihr müsst mal meinen. Mann, Emre! Scheiß Wechser. Mann, Adelbird. Jetzt ist mal ein leiser Adelbird. Nächster sein zweites Mal als Adelbird. Halt da, was laberst du? Doch, der lügt, er will noch nicht. Er weiß, dass es lustig ist. Und da steht er einfach nicht. Geht's ihm gut? Mann, die Waffe war so geil. Du lebst noch mal. Egal. Mann! Ich hab zweimal. Jetzt hast du Fischkopf. Du Fisch. Ich nehm jetzt deine Waffe. Warte, nein, ich mach deine Waffe. Alter, habt ihr 49. 94 meine ich. Seid ihr behindert? Digga, was läuft mit euch? Bei einem Mutter. Oh, das muss auch mal wieder dabei sein. Und was macht ihr dort auf dem? Mann, hast du mich gerade umgebracht? Ne, ich hab dich umgebracht. Ha! Geh! Du hast mich nicht mal umgebracht. Natürlich hab ich dich umgebracht. Dem Babo am Ende. Ey, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob Emre ein Fettsack ist. Gewinn ist nicht mal umgebracht. Scheißig. Ja, Junge, von wo küsst du mich immer? Wen findet ihr besser mich oder den Dummkopf hier neben dem Nikita? Dein Maul. Wie heißt du? Emre Sucu, Kamina. So, hier seht ihr, wie ich jetzt rasiere mit Shampo und Messer. Das rasiere ich ihr denn mit Shampo und Messer. Ey, ich bin schleppt, hab dich. Ich fick euch am Ende. Mit Shampo und Messer. Ja, Mann, ich hab den getötet, den. Brrr. Das rasiert euch mit Shampo und Messer. Da bin ich nur Shampo und Messer. Da kill ich einfach. Fucking zwei. Money, Fettsack. Du und deine scheiß Arme, da kommen Waffe. Junge, bin ich behindert. Hä? Guck mal, da liegt meine Leiche. Du, sieh mein scheiß Arme, da kommen. Freund Emre. Mich immer killt. Immer. Yolla, yolla, yolla. Dicke! So ein... So ein Nutze. Ich muss trotzdem bauen. Ja, wenigstens hab ich deinen Freund gekillt. Dicke, wenn Vater war, egal. Ja, ihr habt schon 124 oder so'n Scheißdreck. Wenn gerade mal 90. Gut, guck. Weil ich hätte das schon kaputt gemacht. Hach, wach, 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 das ist krass. Hm? Ich kann euch ame nach. Ja, okay. Komm, komm doch mit Shampoo, Messer. Ich komme. Oha. Er wird los. Pum, ame nach. Pum, ich rasiere euch mit Shampoo. Nice test. Wart mal, ich komme kurz zu dir. Lass mal. Ich töte deinen und du töte ich meine, aber wir bleiben zusammen. Okay? Ja. Warte, warte, ich komme zu dir von dort hinten. Du Scheißdreck. Das bin ich dann. Du darfst mich nicht töten. Brr. Ich sterbe alleine. Ich komme schnell zu dir, okay? Du töte ich meine und ich töte deine. Aber wir töten uns nicht gegen was. Denn du's machst nicht, klar? Ich töte dich wirklich nicht. Ich komme jetzt. Warte, 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 ich komme dann zu dir. Warte, 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 warte. Digga, lass du dich schon. Mein Mitspieler. Brr. Lass dort hintreffen, nicht dort. Ja, hier, da, lass hierhin. Komm, 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 dort, auf die andere Seite, komm, auf die da. Nein. Komm doch. Komm doch. Als hätte ich mit Shampoo am Minderkäumen. So ein scheiß Wechsel. Digga, läuft bei dir. Guck, schalt immer auf meinen Bildschirm, aber egal. Ja, das ist das Cheating, ich auch erlaubt. Cheating. Das Cheatet. Du fürst mit 30. Ach, echt. Ach, nee. Nein. Was machst du doch? Mann. So ein Fettsack. Ich hasse so Leute, die wollen mich immer killen. Hier, Mann, am Minderkäumen. Was finde ich mit Shampoo? Guck, ich zeig dir mal, was man macht mit Shampoo. Messer. Die töten tut man mit Shampoo und Messer. Oha, guck mal, uns den ersten bei uns an. 52 kills. Wunderbar. Ernst ob? Ja. Der einer von uns hat 30. Ja, da hab ich aber noch. Also, ah, nee, ich, ja, nee, ich hab über 42. So, jetzt hab ich dich gefickt. Guck mal, dein scheiß Leiche. Brr, du hast erst 15. Echt jetzt? Nein, nicht. Ja, du hast erst 15. Jetzt hast du 16. Was? Der? Guck mal, wie ich aussehe. Wie ein scheiß Arme nachgekommen. Verblitzter Arsch. Wie viele Likes, glaubst du, bekommst du? Für die Scheiße. 10 Likes. Mindest, nein. Weil ich neu angefangen hab, mindestens ein Like, sonst rasch ich euch auf mit YouTube. Wenn kein Like bekommst. Ja, dann hab ich euch auf mit YouTube. Ich verschenke, ich geb an mein, ich verschenke meinen YouTube-Kanal dann an euch, an meine Abonnenten. Danke, dass ihr mich noch mal abonniert habt. Ja, und guck mal, guck mal hier den, wo ich am Stern bin. Ja, Leute, ich hab grad gewinnt mein Team. Irgendwie. Irgendwie. Nee, ich hab grad gewinnt. Nee, gar nicht. Deswegen liegt ja da auch deine Leiche. Ja, ich war da. Ha. Geh, du Lütter. Junge, wir haben 100... Digger. Nein, Mann. Wie habt ihr so viele Kills, Amina? Junge, wir haben verkackt. So, du scheiß Arsch. Ich mach noch ein Geräuschen. Komm, 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 Jungs. Was schafft denn der noch? Mich kirscht du nicht? Du Spaten. No, ich bin wenigstens Zweiter, also sonst Mama. Ja. Komm, lass machen. Das war's mit einem Video. Leute, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja, hier seht ihr den Loser. Und kurz gucken, guck mal, hier ist der Loser. Wenn ihr seinen Bauch sehen wollt, wenn ihr den 10 Likes, dann machen die wieder was aus. Und er kommt zu mir. Und er denkt, der wird so cool und macht seine Haare. Halt deine Maul, Amina. Ich verlose mein Handballtrikot, wenn ihr 20.000 Likes mit Unterschriften von Martin Strubel von der Nationalmannschaft hier. Seht ihr es kurz so, hier. Und dann noch hier oben eins. Und dann noch hinten ein paar, wenn man es sehen kann. Ja, hier sind, hier sind es mindestens fünf Stück. Und dann noch hier. Und dann noch hier hinten irgendwo. Hier. Und dann noch hier. Ach, ich lebe doch.